Hey Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Olympia-Special bei Bombings Gaming. Wir spielen Olympia 2012 in London und ihr kriegt hier dieses Mal das fette Brett an einem Tag den Multiplayer-Modus und den Einzelplayer-Modus. Die Olympischen Spiele, die gehen leider nur im Einzelplayer-Modus. Ich und ich hab mir hier zum Multiplayer-Modus meinen Kollegen Hotschi eingeladen. Moin! Wir müssten das über den Disziplin-Modus regeln und wir haben hier vier Tage zusammengestellt. Und die werden wir jetzt alle danach durchackern und dann werden wir mal sehen, wer von uns beiden der Beste ist. Ich hoffe ja, dass der Beste gewinnt. Also ich, ne? Guter Witz. So, dann geht's mal los hier. Der erste Tag. 200 Meter Herren, Discos werfen und so weiter und so fort. Zack. Die Computergegner machen wir natürlich auch schwer. Einzelspiel. Letzter Tag, den wir dann spielen, machen wir ein Teamspiel. Da spielen Hotschi und Richter zusammen. Ja, natürlich Neuseeland. So, und ich nehm' Jamaika, wie immer, zack und rühren ins Game. Ich wünsch' dir viel Glück und mir den Sieg, ist ja klar. Ja! So, erste 200 Meter der Hemden. So, dann feiert er sich wieder selber. Ja. Im Ziel dann die Tränen. Ja. So, das ist der Pressure-Moment. Und wir sind weg. Es braucht sich schwer, um die Liedern zu erreichen. Und ich hab euch wieder schön verkackt. Aber ich gratuliere dir. Ja, danke, danke. Ja. Dann schauen wir mal rein. Ja, ich bin schon scheiße gestartet. Da war ich noch gut dabei. Aber gleich, irgendwann auf der Graden kommt ein Einbruch. Da war der Einbruch schon. Oh, das hat hier mal ein langes Zweiter. Guten Vorsprung vor dem Vierten. So, Medaillenspiegel. Kann er nach vorne haben. Oh, die starten natürlich gleich auch wieder da. Na, jetzt kommen wir jetzt wieder auf Discos, ne? Ja. Na, macht er sich mal? Nein, wir müssen mit den Muskeln spielen. Kann man vielleicht noch aufnehmen? Alles andere außer Weltrekord ist scheiße. Pau war schon mal sehr gut voll. Na, klein Winkel ist scheiße. Aber das sind dann wirklich ganz gut. Ich verstehe schon mal. Ja, ja. So, so, so. Ich freue mich auch wieder am Start. Ich bin ein bisschen durch, ne? Guter Winkel, ne? 45 war das, ne? Oh, fast an Goldau. Ja, damit kann man ja auch mal wirklich etwas versuchten, die wieder versuchten. Oh, 7. Mal sehen, was die Jamaika jetzt macht. Kraft wieder voll. Oh, je, je, je! Ja, 1% wahrscheinlich zu viel. Aber lass mal die Suche drüber los. Ja, nicht schlecht, ne? Kann man ja mal so machen. Den zweiten Griechen war Griechen. Oh, ui! Oh, ui! Oh, ui! Gut, dass er ein Zaun ist. Seht ihr, Weltrekord. Wieder die Kinefick. Aber das hat nichts zu sagen. War trotzdem voll. Und klein weg, ne, scheiße! Da. Jameika, nächste. Jaffi, von New Zealand. Round nummer 3. Wof, wof. Ich glaube, es macht schon was aus, wenn du den Ball gehst, dann wirft er bestimmt deutlich weiter, denke ich mal. Na ja, guter Winkel, aber wenn schon nicht, ist es zu hoch. Und jetzt noch ein Ausbild. Oh, Alter, jetzt hier. 66, 66. Was kriegen die einfach? Über den Wolken! Und wenn er von den Wolken schon ankommt. Den haben wir noch mal abgebrochen. Wer war schon der erste Scheiße? Nein, großer Winkel! Der letzte Verkackt! Das würde wahrscheinlich auch erstmal die Gesamtführung für Jamaika bedeuten. Oh, der kommt noch mal! Der kommt noch mal! Aber zu wenig! Der letzte Verkackt! Das ist nicht so. Das ist nicht so. Der letzte Verkackt! 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 Oh nein, ja! Ja, der letzte Verkackt! Der letzte Verkackt! Ja, jene natürlich die schwersten! Lowe! Aw, schade! zu Fashion-Seite ausgeglichen, wie jedes war. Der ärgert er sich auch. Was gibt's? Fünfer oder was? Oh, immerhin sind wir. Ja, Aaron ist auch der Hauptstar. Der Superstar. Leider auch du Schwerst. Aber ein wunderlicher Bauchkratzer zum Anfang. Sehr gut, der Favorit gleich beim ersten gescheitert. Auf dem Bauch. Ja, der tat so ein bisschen weh. Ja, sehr schön, die 7-5 werden eh gestrichen. Und Gerd Hilber ist wieder oben vorne mit dabei. So, guck mal, was er in den nächsten Heimkriegen. Sehr schön. Hier unten vielleicht mit Klick. Aber ansonsten sah er gut aus. Der ist auch mal ein, Werder. Ja. 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 Ja, neuner. Ja. Ja. Hier ist normalerweise Gold-Hotschi und man kämpft um Silber. Die Rogen sind nicht gut. Da hat er die Führung übernommen. So, jetzt hier ein Delfil. Jawohl. Oh, für mich auch schon sehr gut. Ich hab zehn. Zwei bleiben. Jawohl. Uiuiui, das ist bestimmt wieder alles zehn, aber... Boah, das... Ja, ein paar Zeilen sieht ein bisschen promulantig. Aber ich vermiede die vier Punkte. Zwei Sprünge noch, jetzt geht's mit den Schrauben los. Da weiß ich immer nicht, was ich nach unten machen soll. Das ist auch schon gar nicht so schlecht. Er freut sich so dran. Oh, er sieht doch ganz gut aus. Ja, da kann ich mich hin. Hält dich sicher. Aufmachen. In dem Moment, wie er fertig ist mit der Drehung. Er macht doch die Schraube. Ja. Er legt sich dabei um. In dem Moment, wie er mit der Schraube fertig ist. Aufmachen. Aha. Ja, ja, ja. Ich glaub, wir konnten das eben gerade sehen. Das war ein ziemlich guter Dive. Und ich glaube, die Judges würden es sehr lieben. Wir sehen uns, wie der letzte Dive die Kurschraube verfolgt. Wir sehen uns jetzt elf Punkte. Ich hab 16 vom dritten. Von den Chinesen. Das ist der letzte Runde des 3-meters-Spring-Boards. Das ist der letzte Runde des 3-meters-Spring-Boards. Das ist der Ambitious, bold und brav. Wir sehen uns, ob er das auspülen kann. Ach, was? Bei den deutschen Seiten wieder ausgeglichen. Ja, 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 ja. Es müsste reichen. Ich bin da jetzt so geerbt, die Leute in der Nähe. Ja, da hast du nicht vergessen. Ja, das ist Gold. Da haben wir die letzten 3 Gold-Medaillen. Ja, zum Abschluss hier nochmal die 10er. Ja, die beiden 9er haben ihn weg. Ja, da ist Wotschi in einer ganz anderen Liga. Ja, da haben sie alles nicht so schön gemacht. Und jetzt auch so eine Olympiade direkt gegeneinander wäre auch viel besser, als dass man das zusammenbauen muss. Und wir sind 1. und 2. im Tableau. Seh ich ihn, so soll es sein. Und schießen. Jetzt ist ja eher deine Sparte. Und wir sind 25 in der Schnellfeuerpistole. Das war's, Bruder. Wie viel Spaß für dich. Ich bin damals nicht sicher überhastet. Mit den Trigger hinten schießen, ne? Ja. Nach oben machen. Ah, ich... Hä? Ach, Mist! Falschen, ja? Ich hab die falsche Tasse benutzt. Ja, das war ein Superstart. Ich hab diese Hose. Mal sehen, dass er einfach aufmacht. Ich hab diese Hose. Mal sehen, dass er einfach aufmacht. Haha. Super. Ja. 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 Ich hab das erste Runders mit dem Rechten Steak gemacht. Das war sehr gut. Haha. Für mich auf jeden Fall. Und schießt schnell. Also ne? Und schon mal für die letzten drei Runden. Auf jeden Fall. Da sind dann noch vier Sekunden. Ja. 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 Geil. Doppelschuss. Das sind ungefähr die Fehler, die er hier ein bisschen macht heute. Was mir natürlich zugutekommt. Ja, wenn man bedenkt, also ne Medaille fahr ich hin und schießen eigentlich immer ein, ne? Ja. Diesmal nicht. Oh, meine erste Zehn. Die Kürtlgang war ja. Bis dann. Nichts. Ja. Ja. Jetzt nur vier Sekunden. Ne. Ja, nicht. Nein, das ist gut schwang. Haha. Ja. Scheiße gut, scheiße gut. Boah, hast du mir gesoffen? Der erste war gar miau. Oh, scheiße. Das kommt durchkriechen. Dich kriecht er. Ja, das ist ein Problem da dran. Ah, Mist, die Leber und die Ziele, die hat doch noch Zeit. Bei Ihnen haben wir Mutano, um dich denn für das Turmspringen zu rechnen. Da hast du Glück Turmspringen an jedes Mal. Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung wie, aber es geht sich gut an. Oh. Das ist die letzte Runde. Das ist jetzt die letzte Runde. Das ist jetzt die letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Fünfter Platz. Mein Mann hat es nicht mehr geschafft. Keine Medaille diesmal für uns. Das erste Mal, ne? Jetzt haben wir immer einen abgestaubt. Ich bin noch auf 1. Er ist jetzt auf der Räule. Ich habe noch 4 Vorsprung. Ey, Turm. Erstmal das jetzt. Trampolin. Bruder. Da haben wir letztlich mal echt ein Schiff. Dann kannst du auch geile Stürze machen. Das Problem ist ja eigentlich ganz gut von mir, dieses Trampolin. Das ist ja ganz schwer, ne? Ne, trau ich mir doch nicht. Na, wenn du mal rauskriegt. Na, na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. 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 das sind aber gerade noch so gekriegt bis jetzt sieht man schon ganz gut aus 4 von 8 sind erledigt Nummer 5 40 Sekunden noch über wir sind schwul der sieht gut aus 2 noch noch 30 Sekunden und der letzte jawohl noch 19 Sekunden aber schön einen Sturz dabei gehabt ja wieder mal gucken so ein Sturz das sieht immer geil aus dann zeigt er dann eigentlich die ganze Kür jetzt das ist ja der letzte war ja ja hier wir gehen die Judgeskoren kommen in jetzt Jamaika mit einem 2.7 ja und Ellen sieht auch die Kana Oh, das ist ein bisschen toll. Es wird wirklich interessant sein, zu sehen, was diese Routine das Athlete selects hier auf dem Trampolin. Oh, er wirklich exaktiert das schön. Oh, Landon, ist er auch ein Gleitungsgerät. Warum macht er es denn nicht? Die Doppeltasten sind halt echt schwer zu treffen. Vor allem, wenn du nicht mehr ganz so einen Schwung hast. Manchmal ist er nicht ganz so hoch. Was ist wie der letzte? Ich habe eben nicht zugeguckt. Wie der letzte? Der schwierigste. 2-0. Ich brauche noch über uns da oben. Waren immer 2 Personen? Nee, einer nur bei dem Trampolin. Bei diesem komischen Bock nachher, oder? So mit 2. Stimmt. Da gucken wir uns natürlich Hotschi auch noch an. Und da war Herr Stor. Ich denke das sind 2 Medaillen. Wahrscheinlich Gold und Silber. Ja. Der ist ja gerade völlig ausgerastet hier nach seiner Tür. Das war's, ne? Ja. Das war's, ne? Ja. Und da kommen wir zum Schluss noch mal nach hinten dran davor. Ja, die Chinesen waren noch hier auf 3. Und dann sind die Chinesen jetzt im Tableau auf 3. Die USA. 4. Und wir sind 1. und 2. weiter. Und 4 Punkte noch Rückstand. Kann ich das bei der Rad-Sport noch einholen? Also aus Erfahrung nicht. Ja. Aber wir gucken. Gott, das hat von uns auch noch keiner geholt, ne? Ja. Ja. Nicht einmal, ne? Das ist gar nicht bei mir so. Trommst du jetzt ein bisschen? Na ja. Ja. Ah, der 3. Ich bin wieder letzt dann! Ich komme auch in die ersten Warte, wenn ich so meine Warte dränge, ich bin so cool ab, Alter, ich hab's so drauf. Aber immerhin wird er ja eingesackt. So, beide Sachen packen, ne? Ja. Ja. So, Gewicht im Gokkoch. Da geht's auch das erste Mal so richtig in die Vollen, also, das tut dem Finger schon sehr weh, finde ich. Ja. So, wir haben ein Abfeier hier. Fangen wir an. Du bist wahr. Oh ja, das ist noch nicht so, wie es ist. So, jetzt sollte ich ein bisschen weitergehen. Oder am besten in jetzt nicht nachzudenken, aber nicht nachzudenken. So, das ist ein Erster Weg nicht möglich. So, das ist das nicht möglich. Jetzt kommt es sicher. So, das ist das, was wir jetzt noch nicht mehr so schnell Neighbungen geben. So, das ist ja gar nicht. So ist das irgendwas, aber es ist nicht also, wie es war. So, wie viele andere Patienten ausdrücken. So, wie es denn, was war das? So linear. So, wie值 das? Die Athleten haben eine großartige Bildung für die Spiele. Und es gibt keine Grund, warum sie nicht festhalten können. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Ich sage euch, die Leute sind auch responding. Auf einem guten Tag, er wird keine Probleme mit dem Lippen. Aber es wird immer noch ein Herausforderung sein. Ich muss den Strecke haben. Ich bin ein bisschen schweinig. Ich habe mich immer wieder gefühlt. Ich bin ein bisschen schweinig. Ich habe mich immer wieder gefühlt. Ich habe mich immer wieder gefühlt, dass ich ihn endlich mag. Die Songs habe ich immer wieder runtergefallen. So, wir waren gleich. Ich geh mal ein bisschen höher hier. 206. Ja, locker. Achma, achma, achma. So ganz locker war's nicht, aber gute Meister. Ja, ich freu mich. Ich denke, wir werden eine gute Idee, so genau wie dieser Lefter fühlt heute. Nicht so erfolgreich mit der ersten Versuchung, aber wird er noch mehr Weiß auf die Bar für Rund 2? Oh! Ja, schrecklich. Ja. Power ist nicht ganz so wichtig, aber nicht, dass das gerade ist. Das ist unheimlich wichtig. Oh, der ist aber gut dran hier, Alter. Der Franzose und der Mexikoner auch. Oh, Neon. Oh, Neon. Oh, was ist das? Das ist der letzte Versuchung. Und kann das die Cherry auf der Performance sein? Oh, kann er das halten? Kann er das halten? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Hier zittert ihr halt ein Seldo, oder? Schare Ankeger und ein Weltrekord. Oh, das war auch schon sehr anstrengend. Das war eine schwierige Kampagne so far, und es hat nicht wirklich ein Plan gegeben. Aber das ist eine letzte Chance, um vielleicht mit einem Flurrisch zu gehen. Ich hatte 2,7. Ich meine, der Elmi mit 1,98. Ja, der Computer hat er eben auch schon beim zweiten mit 204. Aber nur gerade. Gerade ist das Wichtigste. Jetzt nur reinhauen wie ein Irrach. Wie ein Irrach. Schneller! Jawohl, den ziehst du! Jawohl! Was? Nein! Zeit abgelaufen, oder irgendwie sowas. Hey, lieber so ein Stück davor! Hahahaha! Und dann ist für mich die Goldfiller hier! Ich bin so ein Stück davor, das Ding das erste Mal darüber meinen Kopf zu heben. Oh, ganz schade, Horchi. Ganz schade. Der ist voll fies. Ja, guck mal nochmal an. Schön Gold. Aber ich bin auch fast zusammengebrochen. Und du hast glaube ich, bei dir war auch ein bisschen unterm Kopf. Und dann ist wahrscheinlich Feierabend. Ja. Frag mal einen Zweiter. Oh, ich hätte Gold in Bronze geholt. Ja, Bronze wäre es gewesen, ja. So, das war der erste Tag von der Olympiade im Multiplayer. Ich habe den Tag gewonnen, du bist Zweiter geworden. Erster, Zweiter immer gut, ne? Ja, würde ich sagen, ne? 1 zu 0 für mich, ne? Ja. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.